Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele haben sich vielleicht gefragt, wenn sie einen Blick in das Programm geworfen haben, weshalb denn dort auch der Name Selahattin Demirtas steht. Wir wissen alle, er sitzt im Gefängnis in der Türkei, aber für uns war es selbstverständlich, dass wir ihn hierher zu dieser Veranstaltung einladen, dass die verfolgte Opposition der HDP einen Platz hier in dieser Veranstaltung hat. Wir haben deshalb symbolisch einen leeren Stuhl hier für ihn reserviert, für Selahattin Demirtas und wir hoffen, dass er so schnell wie möglich hier auch auf so einem Stuhl im Deutschen Bundestag Platz nehmen kann und seine Grundrechte der Opposition wahrnehmen kann. Aus seiner Zelle hat er uns eine Grußbotschaft geschickt und Sevim Dadelen, meine Fraktionskollegin, wird sie nun auf Türkisch vortragen. Deshalb bitte auch die Kopfhörer aufsetzen. Herzlich willkommen, Sevim Dadelen. Liebe Genossen, ich fühle mich geehrt, zu der Konferenz der Partei Die Linke im Bundestag als Redner eingeladen worden zu sein. Da ich auf Anordnung der Regierung seit dem 4. November 2016 in der Haftanstalt in Yedirne inhaftiert bin, kann ich nicht unter Ihnen sein. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich dies sehr bedauere. Die Inhaftierung 13 unserer Abgeordneten, darunter ich und meine Co-Vorsitzende Figany Gsekda, zeigt klar und deutlich, wie das repressive Regime in der Türkei sich institutionalisiert. Ich nehme an, dass in der heutigen Konferenz noch auf die Situation der HDP-Abgeordneten eingegangen wird, die aus der politischen Basisarbeit entfernt werden. Daher halte ich es für sinnvoller, statt auf unsere persönliche Situation einzugehen, eine etwas allgemeinere Bewertung der Umstände vorzunehmen. Zuallererst möchte ich Folgendes anmerken. Die HDP hat seit ihrer Gründung immer die Bedeutung des Pluralismus in den Vordergrund gestellt, damit unterschiedliche Meinungen im Parlament und im öffentlichen Bereich auf einer demokratischen Grundlage ausgetauscht werden. Wir haben uns dafür auch eingesetzt, dass auch die Dynamiken in den Beziehungen mit Europa und im Mittleren Osten in diesem Rahmen verlaufen. Wir haben intensiv darauf hingearbeitet, damit die Verfassung aus der Putschzeit durch eine demokratische Verfassung abgelöst wird. Andererseits haben wir versucht, alles in unserer Macht Stehende zu tun und tun dies allen widrigen Umständen zum Trotz weiterhin, um die Kurdenfrage, die die grundlegendste Frage in der Türkei bezüglich der Freiheiten darstellt, friedlich zu lösen. Nun wurde im Bestreben der Regierungspartei und des Staatspräsidenten Erdogan, die Interessen der Partei über die Interessen des Landes zu stellen, eine neue Putschverfassung zur Volksabstimmung präsentiert. So wie im Anschluss an die Parlamentswahlen vom 7. Juni sehen wir uns auch im Zuge des anstehenden Referendums einer Regierungspolitik gegenüber, die die Spannung weiter anheizt und die Menschen polarisiert. Der Putschversuch vom 15. Juli wurde seitens des Staatspräsidenten Erdogan als ein Geschenk Gottes begriffen. Das Ziel, die Einflusssphäre auf den gesamten gesellschaftlichen und politischen Bereich auszuweiten, um die eigene Macht für immer zu festigen, mutierte zur vorrangigen Aufgabe auf der Agenda. Die Vorsitzenden der HDP und der DBP, die nichts mit dem Putschverzug zu tun hatten und diesen noch in der Putschnacht verurteilten, wurden zur Zielscheibe des Gegenputsches, der von der AKP eingeleitet wurde. Damit eingehend wurden neutrale und oppositionelle Medien aus dem Weg geräumt. Bis auf ein-, zweitages Zeitungen gibt es keine kritisch berichtenden Zeitungen mehr. Die Judikative geriet vollständig unter die Kontrolle der Macht. Mehr als 5000 Lehrende wurden aus den Hochschulen verbannt. Von insgesamt 103 der von der Demokratischen Partei der Region DPP-geführten Stadtverwaltungen, darunter drei Großstadtverwaltungen, wurden in 82 Stadtverwaltungen mit hohen Stimmanteilen gewählte Co-Bürgermeister abgesetzt, festgenommen und durch AKP-treue Bürokraten ersetzt. Gegenwärtig sitzen insgesamt 90 gewählte Co-Bürgermeister im Gefängnis. Was wir erleben, ist nichts anderes als systematischer Staatsterrorismus. Milder lässt es sich nicht formulieren. Ich möchte, dass unsere Menschen in Deutschland eines wissen. Die Brücke zwischen Deutschland und der Türkei ist nicht so fragil, als dass sie durch die Wut oder Hochmut einer einzigen Person zerstört werden könnte. Ich glaube nicht daran, dass unsere Menschen sich je nach dem Interesse oder Seelenzustand einer einzigen Person gegeneinander aufbringen lassen. Denn wir glauben fest daran, dass Ideologien immer hinter den gesellschaftlichen Entwicklungen zurückbleiben werden und dem Niedergang geweiht sind. Wir hegen keine Zweifel daran, dass die Zeiten nahen, in denen die verehrten Bundestagsabgeordneten und unsere in Deutschland lebenden Menschen eine demokratischere und freiere Türkei kennenlernen werden. Hoffen wir, dass die Brücken, die eine demokratische und freie Türkei schon sehr bald mit Deutschland verbinden, auch mit unserer Unterstützung gestärkt werden. Ich hoffe, dass unser Sieg über den Faschismus und den Staatsterror in der Türkei, in den Nachbarstaaten, insbesondere in Syrien und in ganz Europa eine Quelle der Inspiration sein wird. Unseren Genossen von der Partei Die Linke, die ihre Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in der Türkei und mit der HDP stets mit Entschlossenheit bezeugt hat und meinen verehrten Freunden, den Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke, Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch, übermittle ich herzliche Grüße aus Edirne. In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen in Freiheit, grüße ich alle an der Konferenz teilnehmenden verehrten Freunde. Selahatin Demirtas, Co-Vorsitzender der HDP aus der Haftanstalt Edirne.